und du hast besucht auch schätze ich bin mir schon durch Scheiße aber keine Panik eine Panik erhält aber wichtig wie ich vermutet habe jetzt kann ich die auswählen aber okay diesmal etwas Neues daraus das kann ich Feuerkäfer auf einmal noch mal nehmen und auch fertig würde ich nicht machen Nö ich hab's ja fertig gemacht genau so jetzt weiß ich auch wohin na wunderbar ja so ich so manchmal denke ich mir Alter Geld 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 weißt du manchmal denke ich mir wozu Questen wenn dann irgendwann Chane kommt und der mir da sowieso hilft so weißt du das bringt ja nichts hast du eh deine private Note haben wir ja schon geklärt so oder so haben wir ja einen Conan schon geklärt so auch meins 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 überm Feuerhaufen guck mal du du gehst mir noch entgegen ich hab auch noch was abbekommen weil du mich ja quasi berührt hast ich hab dich mit meinen Flammen der Leidenschaft angesteckt ja das ist die Kraft der Natur weißt du ja Alter du ziehst die hier an wie Scheiße ey es doch so zacki okay geil alles meins alles meins pfff so hier lang Halle der Händlergelde so ich porte dir mal hinterher alles klar ich finde aber das Level geht relativ schnell hier bis jetzt ich hätte es für schwieriger gehalten später wird es bestimmt schwieriger sein ja mit Sicherheit wie geht es euch Freund? sehr gut achso dass die Relikte hat's okay ja warte mal dann nehmen wir das mal wieder an hier so ich hab den Relikt ja so so sag mir jetzt Kanalplanschen hast du die? äh ja okay dann mach ich die jetzt und Behälter? mhm Behälter? jo Behälter 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 Level 12 mhm Elfenleuchtfeier Auktionshändler Naschallverstecker nö okay dann frag mich jetzt bitte auch nicht wo ich die bekomme aber weil ich es nämlich nicht mehr weiß äh okay aber ich könnte die teilen aber irgendwann wenn du die sehen solltest huch so jetzt muss ich hier lang rennt der mir voll vor die Schnauze hier her da gibt's doch gar nicht so so wir müssen jetzt in den Abwasserkanal so anscheinend oh schon wieder müssen wir schon wieder in deiner Heimat hier achso ne warte das war ja meine deine? ja ja das ist meine Heimat hab ich da was verpasst? da fühl ich mich budelwohl drin aeon free to play update 4.0 kommt im August na super schön weil mir alles informiert ist wo liegst du denn das jetzt gerade? auf Handy kam gerade eine E-Mail aeon? ja ja wie sieht es eigentlich mit aeon aus? also brauche ich das eigentlich also doch nicht zu da installieren nö brauchst du nicht okay alter was war das für eine Falle ey also gibt es doch noch Hoffnung ja ich würde das auf jeden Fall anfangen also hast du gesehen die Folge die ich aufgenommen habe da? ne noch nicht ich will mir den in Ruhe ansehen mit dem ich so zwischen Türen und Angel gucken okay ich hab nämlich ein Magier gemacht ja ein Mage ein Mage genau ist quasi nicht mein Ding aber ich hab gehört der soll gut sein weißt du äh ich weiß nicht was wirst du dann machen weißt du das schon? ja Magier blöde Frage eigentlich schon ne ein Naturpaket hast du bestimmt? nein hab ich auch nicht ich muss erst wieder einkaufen gehen okay so jetzt muss ich überall gucken wo Fallen sind ach hier ist wieder sowas drin zu fallen ja ja ich bin schon in zwei reingelappt ey aber die Nascher die sind überall ne? die Nascher die sind überall ja ja das ist ja das gleiche wie bei den Pikten bei Age of Kona die findest du auch überall das sind die hauseigenen Nutten hier weißt du deswegen Scharfschützen wollen wir mal sehen wie lang die Schaf sind ach wo kommt der denn her? scheiße hab ich jetzt alter geh mir nicht auf den Zeiger hier du ach das ist doch wir sind ziemlich pissig hier wir nehmen dir alles ziemlich krumm hä? hier ist ein Gewölbe Kunde Fertigkeit brauche ich ja gibt es auch als Paket okay warum krieg ich eigentlich ich ja alle fallen ab gibt es auch gar nicht ja die stehen auf dich ja aber ich nicht auf See ich steh nicht so auf scharfen Sex weißt du das sind doch lieber roh und brutal ich wollte schon soft sagen aber klingt ja gar nicht soft nee 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 klingt ja gar nicht nach deinem Stil, wa? roh und brutal aber nicht spitz rau oh bang, genau so ich hab den wieder schneller runter haut er den gnadenlos in den Rücken hier feige Sau ja weißt du er hängt schon in der Luft kannst du schon gar nicht wehren ist schon einmal stecken hier aber ich muss weil ich schon einmal wirken bin und er haut ihn ja gnadenlos in den Rücken ich muss sagen diese Kombination von Schwertkämpfer und Magier ist ziemlich gut ja aber man muss auch mit umgehen können so ich brauche jetzt mal ein paar Gegner wo möglichst auf Entfernung sind dann würdest du jetzt endlich mal eine Tagesskill machen, wa? ja ja, ich will dir mal die Singularität zeigen aber das funktioniert nicht bei zwei, drei Gegnern es müssen ein paar mehr sein und das Problem ist die müssen so weit weg sein dass sie uns noch nicht aggro gezogen haben ah ok sonst klappt das nicht, weil die ein paar Sekunden Zeit braucht so runter Bella 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 Marie häng dich auf, ich häng dich ab, Mauefri was ich dir jetzt sagen wollte Moment mal kurz weißt du du willst mir viel sagen hier hier, trakt wahrer Altar weißt du wofür die sind? ja, da kannst du unterwegs beten kannst du kurzzeitig Bonis erhalten mein, der weh ja, ne, ist so ja, das ist im Endeffekt, also trakt wahrer Altar ist ich hab's probiert, das ist doch hier wie ein Lagerfeuer ja, nicht ganz also ich hab gemerkt, man kann da Energie aufladen ja, das ja ach, das sind zwei deswegen komm, häng dich mal ab hier abgehangen hält sich länger so so, was haben wir da verändern ich, ich mach auf die hier ach, das ist für Handwerk ich hab ne 7 geworfen der wirft ne 67 alter, da kommst du doch verarscht vor hier ja, kannst ja nicht immer Glück haben, ne ich hab das Glück gepachtet, weißt du das nicht? nö so, Arcana Fertigkeit, ne, die haben wir wenigstens so, zacki ach so, Shanae hast du schon The Last of Us gezockt? nein ich besitze das noch nicht mal hast du ne Playsi? nope ja, ok, dann kannst du das auch nicht besitzen, weil das ist ja Plays 3 exklusiv ah, ok huch guck, man sieht fast aus wie mein Daddy wie denn Daddy? hast'n ziemlich brutal aussehenden Daddy, wa? ja, du täuscht alles hier so, ich mach mal die Tagesfähigkeit ja, same und renn damit oh, was'n das? vollmund wirst du gleich sehen doch, du BAMS und jetzt? äh, hallo? hatte kein Damage abgezogen der hat gefehlt oh ne scheiße der hat gefehlt ich würd mal sagen Epic Fail, wa? ich kriegskotzen das kann doch nicht wahr sein tja, müssen wir leider warten, ne boah jetzt hab ich mich so drauf gefreut, ey schöner Scheiße, ja ich kann erschwer sein, ja, scheiße oh, Rüstungsgewand plus 1 das stimmt was für dich könnte gut möglichst flindert gewandt scheiße, ja, kacke ja, mach dir nix draus wird schon ein Aggressionen, ja, doch, wird schon das nächste Mal oh, was haben wir dann? ja, was verlangst du, du kannst du den Daddy nicht so behandeln ich wollte ihm jetzt hier richtig in den Arsch treten, dass er vergisst, wie er heißt, weißt du? ich mach meinen Daddy, weißt du, mit dem kann ich das machen ja, ja, ja so so, jetzt haben wir das fertig okay, okay auf jeden Fall, ich empfehle dir von Herzen ich empfehle dir von Herzen, dir ein Let's Play von The Last of Us anzuschauen okay das ist einfach nur mega ich hab das Spiel schon zweimal durch komplett? komplett? komplett und bin grad dabei auf der schwierigsten Stufe also nach schwer kommt überleben das Schwierigkeitsgarten okay ich bin grad dabei, das ist einfach nur bist du aber ziemlich am Suchten da, ne? gibt's ja gar nicht hier also das ist viel, viel Story viel Story ist dabei okay ja, wie lange spielst du das so durchschnittlich in einer Runde? ja, das kommt drauf an also das erste Mal hab ich 16 Stunden dafür gebraucht, ne? okay also das dauert schon länger du hörst ja das aber ist noch gar nicht so lange her, dass du dir das geholt hast am 16. kam das raus ah, ist aber Gas gegeben ja, ja hier noch mit Arbeiten und allem und noch fürs Let's Play aufnehmen und Sachen ja, hast du ziemlich krachen lassen, ne? also, für The Last of Us, muss ich sagen hab ich mir ziemlich viel Zeit genommen also, da hab ich mir gedacht okay so, jetzt hab ich ohne Ende Quästen hier so, ich kann neue Punkte verteilen das geht erst auf Level 20 verstrickene Gewalt, das können wir mal aufchangen zack so, Talent können wir neues machen hör mal zu, dann sag mir mal jetzt einmal was für Quästen du im Buch hast äh, ja, kann ich gleich machen, warte mal wo, 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 wo kommst du da was, wo verkaufst du da was? ne, ich guck grad bei den Astral Diamanten die eintauschen, aber das wird ein bisschen länger dauern. So, ich habe jetzt alle Quests geholt. Jetzt gehe ich erstmal ins Lagerfeuer. Ich will mal kurz was verkaufen, weil sonst habe ich keinen Platz. Das habe ich auch noch. So, 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 so. Okay. Nehmen wir. Minus 28 Erholung, plus 46 Kraft. Nehme ich. Oh, ne plus 2 Robo sogar. Guck mal. So, Kraft kritische Treffer, Rinder mit. Warte mal hier. Plus 138 Kraft. Plus 6 Schaben, plus 3 Kraft. Nehmen wir. So. Das kann noch weg. Was haben wir da? Erholung, Lebensentzug. Nee, das behalten wir. Also, 10 Minuten habe ich noch. Der hält mir gleich soweit. So. Das. Und das. So. Okay, ist sortiert. Okay. So, ich habe jetzt eine Trickreiße. Ja. Nachschub zurückerlangen. Ja. Lass uns dann Nachschub zurückerlangen, weil dann habe ich die auch. Dann musst du nicht immer hinter mir. 10 Vorratskisten zurückholen. Wo müssen wir da auch 10? Ach, da lang. Dann musst du jetzt nicht immer hinter mir laufen reißen. Dann kommst du auch mal voran. So. Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Also, hier lang. Ich habe die jetzt gerade ausgewählt. Naja, ich weiß, ich sehe es auf der Karte. Okay. Für das Schaffen war es ja nochmal, dass wir nochmal genügend Ausdauer zusammenhauen. Dann kann ich meine Singularität nochmal raus holen. Hier draußen sollte es eigentlich funktionieren. Ah, ja. Oh, warum liege ich auf dem Boden? Tja. Willst du jetzt wirklich eine Antwort darauf haben? Ey, der hat mir nicht wirklich jetzt ins Gas beißen lassen. Wieso, du lebst doch. Jaja, so gut wie. Du hast fast volles Leben. Du hast gerne, was du willst. Ich schlag auf dem Boden, als würde ich jetzt Glas essen. No. Paradies schon ausgraben. So, was haben wir denn hier? Vorratskiste. Sind das die? Aha, okay. Hast du jetzt auch eine bekommen? Ich schau mal eben. No, ich muss die auch aufheben. Bös. Jetzt habe ich eine. Okay, also du musst jeder zehn Stück sein. Anscheinend, ja. Na, ist ja prickelnd. Hervorragend. Erkommt. Amt der richtig gut drüber. Okay. So. Äh, hier. Was haben wir denn hier? Taktische Magier, guck mal mal. Ach so, war für dich. Ach so, ja, jetzt habe ich falsch geklickt. Naja, gut egal. Hier ist noch eine Kiste. Gebe ich dir dann gleich, wenn ich die hier habe. Ja, ja, ja. Ist ja alles kein Problem. Halt. Da lang müssen wir. So. Mal gucken. Schwill da rein. Du gehst ja immerhin, willst du immerhin solche Löcher krabbeln. Kann das sein? Ja, natürlich, natürlich. Steht da drauf. Je dunkler und feuchter, desto besser. Warte, das ist jetzt irgendwie falsch. Aber ich muss sagen, ey, im Dunkeln, ich weiß nicht. Also ich muss sehen. Also ohne sehen, ich weiß nicht. Warum? Es reicht schon, wenn du es vorher siehst. Also ich meine, so, die Nase spielen eine gute Rolle mit, also vor dem Oga. Oh, ja. Guck mal, da liege ich mir das wie auf, wo er es hat gesehen. Ah, bah. Ja, das ist. So, jetzt mach mal Berserker Moe auf hier. Ich kümmere mich gerade nur um den Oga hier. Da kümmere ich mich hier um die Kleine. Aber das ist gut. Meine Daily Bonus ist fast wieder voll. Ja. Kann ich meine Singularität nochmal raushauen. Ich habe die Vermutung, dass das daran lag, weil wir unterirdisch waren. Dass das da nicht funktioniert. Ja. Wäre die einzige Vermutung, die ich jetzt hätte. Gibt es so, dass die Skill oft Fail macht? Nein. Das war das allererste Mal jetzt. Deswegen, ich bin da verwundert. Oh, du brennst. Ich war am Brennen. Breit, Schlampe, breit. Mach mir mal so eine Eisfähigkeit, dann kühle ich wieder ab. Geht leider nicht. So. Scheiße, ich nehme mal hier an Peter. So, meine Singularität ist wieder voll. Wunderbar. So, dann mal gucken, dass wir mal ein paar Gegner zusammen trommeln. Also, die würde ich auf jeden Fall noch sehen heute, ne? Ja, ist klar. Brauche ich aber ein paar Gegner dazu. Müssen wir ein paar ziehen. Da ist ein Ogre da oben. Kannst du bei dem machen. Ne, bei dem bringt das nichts. Die ist nur für Massen gut. Ach so. Die ist nur für viele Gegner gut. Ja. Ach so. Also, meine Dailies sind speziell auf viele Gegner ausgelegt. Ach, der Duny ist, mach den schon, okay? Boah, wie der geflogen ist. So, warte mal. Vielleicht haben wir hier unten noch die Chance, ein paar Gegner zusammen zu kriegen. Hätte ich gar nichts dagegen. Ja, guck mal, hier kriegen wir ein paar zusammen. Da haben wir einen. Da haben wir noch ein paar. Ja, guck mal, du bist ja so ein Magier-Tank. Dann tank die mal alle. Ja, bin gerade dabei. So. Und? Und ab dafür. So, das muss ich mir jetzt anschauen, von den Weiten. Jetzt hat es funktioniert. Aha. Also, ich dachte... Effekte sieht man leider nicht viel. Ne. Aber dafür auch unsere richtig fetten Dämmel. Ne, ne, das hat man voll gesehen. Also, ich hab mir das genossen, als wäre das ein Sonnenuntergang gewesen. Nur halt mit einer schwarzen Sonne, ne? Eck, eck. Guck mal, lügen kann er, ohne rot zu werden hier. Wunderbar, du. Ach, hier ist doch wieder so ein Tunnel für dich. continuar, Państw muchas. Ja, ich will noch ein und ein solches weiterkriechen. Ich will ein Spiel. Mh, geht nicht, okay. Wie viele, ich glaube, noch drei Kö spinnen. 3 und 6. Ah, das ist so eine kleine Fame-Ure. Ich will gar nicht, ja, natürlich, wenn du am Klopimer habe ich alles ausgesammelt. Tsche Excel. Während ich hier. Komm, er ist Market Ahrend, er soll, der soll Hurricane Gill her. So. ich will da rein okay lassen wir das so das Spielchen kann man auch machen während wir hier auf die Fresse guck mal ich kann die Kisten gar nicht luten weil du kriegst hier gerade aufs Maul kriegst Alter bei mir jetzt geklappt weil ich ja ziemlich weit weg war von dir was eine Abzug, guck mal da war auch noch weit weg der denn da immer einen springen können hier würde mich ja glatt krepieren lassen du denkst bestimmt ah der beschützt mich schon von hinten ne aber ich seh ihn zwar nicht aber der wird genau hinter mir spielen und ich war über alle Berge war schon längst hier am Wandern, war schon in der nächsten Stadt hier schon Level 30 Que Tus hier llama so nebenem her gemacht weil es schon noch schnell auf einen anderen Chburg gerogt hier und mal weitergequestet ne? Na klaro gratulant ich bin diese Fähigkeiten so brutal am feiern hier das gibt es gar nicht Also, der Magier gefällt mir. Kiste, Kiste, Kiste. Mal eins. Der taktische Magier. Warum du noch vierst? Du hast einen guten Charos gewählt, muss ich schon sagen. Magier bin ich absolut am Feiern. Naja, das... Bei Age of Conor ist es aber nicht so der Fall, ne? Ne, da nicht, weil er da absolut nichts aushält. Das ist ja das Problem. Der kriegt so schnell auf die Schnauze, das ist schon fast erbärmlich. Auf die Schnauze klingt jetzt nicht so dein Ding, wa? Ne, ich hau lieber auf die Schnauze.